wir sind wieder da so wir machen jetzt das camp white oak wahrscheinlich eine doppelmission höchstwahrscheinlich direkt 4 zu 3 es wird einfach gar nichts gesagt das wusste ich nicht ich wollte einfach nur zu größeren wir wissen dass sich präsident alles unter der wachung im presidential retreat in maryland aufhält und wir holen uns die jtf sich hat den helipad damit die blacktasks alles nicht ausfliegen können sie suchen den mist karl und machen ihn gut verschnürt abhol bereit wir haben nur einen versuch also sein sie auf alles vorbereitet okay ich sehe jetzt zwei rates plus eine expedition die ich nicht machen kann okay na gut dann machen wir das und dann höchstwahrscheinlich sehen wir uns im nächsten part im dlc okay okay wir müssen weiter gehen sie zu einem kleinen ich bin komplett ausgerüstet perfekt und dann beginn unseren vorstoß auf den helipad verstanden unit one leader viel erfolg fange blacktas kommunikation ab greife eine große gruppe feinde im nordwestlichen sektor an die wollen zum helipad los vermasseln sie ihnen die tour ganz schön steil wir gehen steil hier sind schon welche sie hier hier und hier 2 Das war's für heute. Ist hier noch jemand? Dann gehe ich lieber mal in Deckung. Oh shit. Ist hier lieber. Uh oh. Schwere Verwundung entdeckt. Panku Power. Das war recht easy. Okay. Ich habe gerade erfahren, dass Godfall eine abgespeckte Version ist im PS Plus. Das ist ja mal richtig scheiße. Wer hat sich das denn ausgedacht? Sie haben einfach eine Demo quasi ins PS Plus reingesteckt. Wieso? Hätten sie es auch sein lassen können. Oh shit. Aber Loot-Shooter und so, dann bin ich, äh. Wenn man erzählt, bin ich erst mal durch. Es werden wieder Souls-Likes. Oder Roguelite. Mal schauen. Aktuell habe ich installiert. Ja, oder ich fange Halo an. Die Reihe. Infinite ist in ein paar Tagen raus. Zwei Wochen? Kommt das am 6. oder so? Verstanden. Wir müssen los, Chief. Oder wann kommt das? Mit wem sonst? Packen Sie das Scheiß zusammen und dann los. Oder kommt das jetzt hier von am 3. oder so? Ich habe die Multiplayer-Beta einmal gezockt. Also ein Match. Um irgendwelche Sachen freizuschalten. Ich habe keine Boni, aber... Ah. Wo gehen wir? In den Tunnel ziehen. Sie gehen sicher durch den Bunker. Direkt da vorne ist ein Eingang. Sie können sie noch schnappen. Jojo. Ähm. Da hätte ich eigentlich auch Bock zu. Aber... Ich weiß nicht, was ich alles dafür machen müsste. Wie das mit der Reihe so läuft. Ich habe hier gemacht. Sie müssen die Einbeidung. Ja. 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 Ich habe hier. Die Herrschluss-Gerde. Die Herrschluss-Gerde. Die Herrschluss-Gerde. Im Moment. Die Herrschluss-Gerde. Das ist nicht so. Ich nehm die Minigun Oh, wo ist der denn hier? Ich war doch gerade nur zwei, ah, nachgekommen Oh, schsch Weg, 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 weg Lebensfunktionen kritisch Das wird helfen Meine Augen Oh, schsch Oh, schsch Weit her Oh Sehr viele Maschinenpistolen, aber die könnten nett sein, aber ich bin nicht so der Fan von denen. Mein stärkeres Sturmgewehr hingegen. Okay. Warum ist die Tür noch auf? Sie schließt jetzt, Sir. Die Tür ist verriegelt. Scheiße, da kommen Sie nicht durch. Sie müssen den langen Weg nehmen. Gehen Sie nach Südosten um den Höhenzug herum. Ich muss den unbedingt kaputt kriegen, bevor meine Drohne rauskommt. Die Tür braucht Verstärkung. Die Tür haben sich gegenwärtig ausgeschaltet. National Zoo. Schade. Wir stecken fest und haben schwere Verluste. Die Tür ist verriegelt. Negativ. Sie können nicht durchbrechen. Scheiße. Alice darf nicht entkommen. Alice. Das ist die Tür. Sie müssen die Tür. Sie müssen die Tür. Sie müssen die Tür. Wir haben eine Drohne! Durch das Haus am See. Die Drohne! 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 Steht vor! Er ist tot! Hier ist Hauszeit! Warte an der Landessonne! Wir sind fast da! Sie sollten uns gleich sehen können! Wo sollen sie? Wir verlieren ihn! Ich beeile mich doch schon voll! Ich bin fast da! 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 Auf der anderen Seite! Ich bin fast da! Ich bin fast da! Luftdekonation kommt! Kann den ganzen Tag so weitergehen. System gedrosselt. System wieder online. Räne sehen hier aus. Wir kommen nicht mit. So ist der Job, Chief. Okay. Er verschwindet. Okay. 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 Das war's. Das muss man sagen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Interessant. Bzw. nicht interessant. Und spektakulär. Hä? Aduh. Das war's. 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 ich habe gar keine ahnung egal okay okay dann würde ich immer die mission was geht denn hier ab was ist eine unserer besten schweren herausfinden dass die blacktask in der rhein für sie ist das zu gefährlich deswegen will marcella sie da haben weitere infos erhalten sie von ihr danke agent eine der späherinnen braucht unterstützung begeben sie sich zur u-bahnstation und sprechen sie mit marcella marcella ist eine der besten wenn sie unterstützung anfordert dann ist es dringend wieso ist das safe house nicht auswählbar gewesen egal die name mission machen wir noch in diesem part und dann fehlen mir noch irgendwie zehn wieso auch immer kommen die einfach random oder bitte ignoriert mich die 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 Schaff! Das war's für heute. Achso, die sind über mir. Meldungen über Funk abgefangen. Gegner im Anmarsch! Nimm das Zeug und mach, dass ihr wegkommt! Negativ, Sir. Wir haben immer noch Energieprobleme. Okay, Delta Team. Umgebung sichern. Aronson, Sie lösen das Problem. Mann verloren! Achtung! Das ist so richtig! Gott, die Drohne, kaputtgeschlagen. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Er ist fertig. Wichtiger Gegenstand entdeckt. Wichtig. Okay, ich nehme mir den mal mit. Das ist nicht dieser hier, das ist da. Das war's? Hm. Okay. 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 Oh, shit. 200 schuss hat das ding ach du scheiße 2 2 3 4 5 5 6 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 16 20 Moment. Äh... Heli? Helipad. So. Ähm... Was ist das? Das PvP? Oder was? 4 gegen 4. Oh. Das hört sich ja cool an. Ähm... Das hier ist alles erledigt. Ist nicht dieser Pilot. Ist ein anderer Pilot. Ist wahrscheinlich hier vorne links. Da wo der Rauch ist. Ja. So. Ja. Das war's mit diesem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.